anscheinend gibt es da wieder neue trends ich bin froh wenn ich mein neues model habe ich muss das spiel neu starten und ich endlich die face id von iphone nehmen kann danke für den lurky stahl dass du da bleibst Basti samstag wolltest du nicht mitspielen und sagst du Basti samstag aber danke für den lurky stahl so werden wir die gegner besiegen oder nicht das werden wir rausfinden shivana gegen jax ich muss behaupten dass jax gewinnt anivia gegen jaz ist eher ein skillmatcher glaube ich ja anivia kann jaz schon ziemlich weghauen die botlane ich weiß nicht er hat es auch gewinnt dass die botlane gewinnen wird ich muss vielleicht mal gucken dass ich botlane ganken gehe meine feed botlane habe ich aber auch keinen bock drauf eigentlich wir haben noch keinen champion der hooken kann oder sowas wir haben keinen champion der stunt hat nix doch eher aber es muss irgendwie timet werden hey knuske wie geht es dir ich mache noch eine runde leute danach gehe ich zur arbeit guten morgen guten morgen ganz gut und selber geht auch ganz gut ja hallo katz hallo besser geht es dir ich muss doch auch rein tschau securie genau bricht immer da was er sich wach ahaha geil alter warum regnet es ich wollte doch nur noch weg fahren was er da jetzt stirbt ne ist mir great pull oder der wird einen schallstart haben hi blackwriter ich hab da ein paar problemchen mhm der keller hat keinen guten start leute oh man der tut mir ein bisschen leid aber ist halt so so ist krieg halt ne so ist krieg ah nöchen anivia wie geht es dir okay der ist tot aber der hat leider seinen ding noch also war der ja gerade aufschatten und geschaffen der liegt ja längst im stream ja ich mache noch eine runde weil ich muss dann zur arbeit ähm das ist nur ein spontaner stream heute ähm weil ich gerade bock hatte ein bisschen auf lol und dann dachte ich mir so warum nicht gleich streamen ich hab schon richtig äh oh gott okay war aber knapp war aber knapp muss ich sagen das wiederum also wir haben eine ganz komische ähm Sache passiert hier wir haben einmal eine top lane die auch sehr weird ist und dann haben wir noch ähm und dann haben wir noch ähm dann haben wir noch ähm eine smolder bot lane der unbedingt AP spielen will weil wir keinen AP champion haben sonst ja der Kane der Kane ist draußen Leute der Kane ist draußen wenn wir das verlieren dann weiß ich auch nicht weiter aber ich muss auf jeden Fall bot lane helfen gehen weil ich glaube jetzt AP ähm ähm smaller so gut ist den Militär der Kane hat es nicht leicht ne 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 wir haben zuerst Kane hier auf 20% runter gehauen dann wollte mein Kane unbedingt zum weg buff gehen das Problem war aber dass dann der ähm Bart so schlau war ihn da abzufangen und ihn da zu töten mit ähm mit Ignite dann wollte er hier hin gehen nochmal der Kane dann waren wir aber zu dritt da haben Kane nochmal getötet und jetzt wollte Kane nochmal hier hin gehen und da hab ich ihn jetzt getötet war er gestern auch komisch und rücken ja aber Knütze reicht ja das freut mich freut mich freut mich freut mich freut mich die gehen weg ja der wird unbedingt mal in den Jungle abgreifen ne ja gut will unbedingt mein Jungle abbreifen versteht einfach nicht dass er eigentlich auch keine Chancen mehr hat hab vielleicht Morde einige machen können aber 1 versus 9 äh hab ich auch nicht ja das ist immer so ne was ist dein Main äh mein Main ist äh ich weiß gar nicht ich spiel sehr sehr viele Champions eigentlich die ich ähm ähm mag ne ne das ist so ne richtigen Main will ich mich eigentlich drauf festlegen eigentlich ich will eigentlich das Ding hier holen ich hoffe dass ich ähm hier ne 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 Die sind beide drüber gesprungen, habe ich einfach beinahe mit Bambambeck waren sie. Oh nein! Dass die Shyvana nicht geloofed ist, habe ich auch nicht ganz verstanden. Nein, warte mal, die Max Nidalee habe ich früher mal gespielt mit der Weibesdie, aber nicht mehr so gut wie sie damals. Ähm, finde ich jetzt. Aber vielleicht muss man das ja nicht spielen können. Also früher konnte ich die rechts gut spielen, aber mittlerweile nicht mehr so. Vielleicht bin ich aber schlecht geworden. In B ist das runtergefallen, nicht mehr das hinten. Das hat die Faschenlampe brauche ich. Verdammt. Der Weg ist mir egal. Ich kann das auch nicht. Ich kann das auch nicht. Ich muss irgendwas zum Boden suchen, Leute. Egal. Auch so wenig. Hat der ganze Idee. Ich kann das mal schmarrer jetzt. Ich weiß jetzt, dass mein Charakter gerade die Hünkel äh 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 hat. naja so jetzt bin ich wieder jetzt bin ich wieder da so was er jetzt nicht so schlecht bekommen hat ist nicht so schlimm muss sich wieder auflegen ja sonst vergess ich was klein und wichtig und dass wir so hier hardcore verlieren ist so dumm dass ich eben da eigentlich naja gut aber ich werde eben hier in den farm aufzufangen also das kleine weg und haben die haben was wollen die nicht im scanner bewirken weiß ich gerade gar nicht mehr zu sagen ja das wäre schon eigentlich nicht schlecht wobei ich finde das gar kein schlechter champion ist der ist halt nur gut gegen bestimmte gegner oder so was was muss ich mal nachdenken wie soll ich werden 70 fps was passiert wieder so viel spiel verstehe ich wieder nicht mal so viel mps bezogen egal jetzt muss ich mal jetzt muss ich mich konzentrieren mir sieht's top lane aus eigentlich ausgeglichen nur weil guck mal der pusht grad rein deswegen gehen wir mal nach oben kommt der ab kann sein dass er hier runter kommt ne kommt er nicht der ist glaube ich gerade hier gewordet ja deswegen wenn du weißt dass er kommt wieso tust du dann nicht einfach mal selber kommen wäre doch mal eine idee oder ja 8 0 weißt du der wollte unbedingt ap smolder spielen ja jetzt geht jetzt geht er doch auf adi rüber mit comet er spielt ja comet smolder mit mit adi items warum das denn jetzt wenn du mich verarschen kannst die der wollte doch ap smolder spielen dachte ich ne egal ich verstehe es eh nicht ich verstehe es nicht mehr ich muss einfach bot lane gehen so glaube ich ihn selbst töten kann ich habe jetzt mal mein erstes item hm 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 ja komm tschau es gab es gab 3 lot gold eh nicht schlecht ja komm eigentlich sollte man keine lane gacken die eh am verlieren ist was soll ich machen naja ich will immerhin nochmal vier mal deckstacks von den leeren larven ist noch nicht schlecht ebenso im es wie immerhin haben wir die nicht bekommen, aber lieber den anderen das will ich haben, ja also ich streame heute abend noch mal um 19 uhr circa ich muss gucken weil ich zuhause bin 19.15 Uhr so ungefähr, dann streame ich noch mal die Werder-Versteck-Trober-Dython ist jetzt da als ob ich jetzt im Stunt von ihm hier irgendwas drin war dass der jetzt da reingerannt ist, naja naja ich kann mit dem Drake holen nicht immerhin vielleicht, also ich bin mir nicht sicher ob ich das schaffe bevor die anderen da sind, aber ich bin mir sicher dass sie gewahrt ist aber vielleicht gehen wir auch ein Star und Pfeifen hier vielleicht habe ich da Glück in Schocks ne vielleicht habe ich da Glück und ich mache den Drake so aber immerhin habe ich den jetzt, den zweiten also ich war einfach Bottletkin, war gar nicht so schlecht aber ich glaube dass ich Lushen auf jeden Fall fighten kann, wenn ich einen Pfeifen muss bekommen ja, diesen Tank hier mit viel Schaden ich will schon hinhauen ich bin aber gerade ein kleiner Bottletkin aber er wird gleich nicht mehr alleine sein glaube ich ah man, egal was passiert schon mal es sind viele Leute hier das ist auch nicht so toll warum ist der so geflasht? ich kann nur draufhauen und er macht den Dast ich konnte nur draufhauen und er macht den Dast so easy, zack zack, weggeraubeile, perfekt war perfect das alte langsam, danach gehe ich ein bisschen tanky zwei Buu-Items was habt ihr heute vor? macht ihr irgendwas schönes am Wochenende? wieso geht man den FPS immer niedriger? was ist mit meinem WC los? was stimmt dann nicht? Expression App was ist ein Expression App? ich verstehe es gerade mit der Augen wie ist die EXO? so haben wir vorbeckbomben ich weiß nicht ich weiß nicht, irgendwie hat mein PC sehr viele Probleme gerade vielleicht muss ich die nochmal neu machen in die PC ich weiß nicht, dass ich nur 50 FP hatte 30 90 das ist schon sehr merkwürdig vielleicht habe ich irgendeinen Virus installiert oder sowas ich weiß nicht keine Ahnung warum ist das keiner mitlanen denn? im Verteiligen da war gerade eh zwei das war echt zwei Leute gewesen die sind alle weg naja, tschüss Tower na guck mal die Shibana hat eigentlich gewonnen tschüss2 warte, also nicht schlecht Na die machen jetzt den Herod, den könnte ich gerne haben, der Herod ist nicht mehr so schlimm wie früher. Und das kann kein Phil ADC sein, weil ich habe ja viel gespielt, ich gehe zurück und verteidige, also ich versuche es zumindest. LOL, was das ist, der Versuch. Weg mit euch, den Ups. Ach komm, was du eine Chance gegen uns hättest. Ja GG, GG, ich habe gewonnen, GG. GG Leute, GG, so einfach kann man gewinnen. So einfach kann man gewinnen. Das hat er zwei Torschüsse abgefallen, wenn ich was zu tun konnte. GG Leute. Das ging jetzt so schnell, das ging jetzt so schnell lol. Das war schon, das war jetzt schon befriedigend. Guck mal, die hatten Baron, äh die hatten Harrod gehabt. Die wollten uns eigentlich waschen. Dabei haben die sich einfach gewaschen, die haben verloren deswegen, weil sie Harrod hatten. Hätten die keinen Harrod gehabt und wären nicht so vorgegangen, hätten die glaube ich gar nicht verloren jetzt. Das war jetzt so dumm eigentlich, der Devin. Äh ja. Was haben wir noch, äh. Ich muss gehen, in einer Stunde erst. Wir können noch, ähm, eins, zwei Videos angucken. Eins, zwei Videos können wir noch angucken. Bevor, äh, bevor ich arbeiten muss, weil die Runden ging jetzt, die Runden ging nicht so schnell als ich dachte. YouTuber machen Werbung für schöner als OP. Äh nein danke, das tut weh. Threads Memes von Maus. Noch mal ein paar Videos. Hä? Students regret seeing where babies came from? Also wenn Studenten nicht wissen, wo Babys herkommen. Das ist ja schon sehr wild. Hm.